Traumhaft, Günter. Ja, da bin ich ja immer gespannt. Herrlich, einfach herrlich. Da wollen wir mal gucken. Das sieht doch gut aus. Hier musst du den Fuß drauf machen. Ja, kein Problem. Dann machst du hier. Immer langsam. So, Günterchen, jetzt kannst du dich da hinsetzen, bitte. Kein Problem. Wir kommen doch durch, gell? Ja, auf jeden Fall. Zwei Runde kommen immer gut vorbei. Das ist wunderschön, gell? Also, das ist echt super. Das ist nicht bequem, gell? Sehr bequem. Wollen wir mal nicht ein wenig nachdenken? Du meinst, du willst relaxen, na, tu das mal. Rudolf? Ja? Ja? moment bitte peter für ein astra g ein cd wechsler haben wir da haben wir da ja haben wir da ein moment kostet 15 euro kostet 15 euro was tut okay tschüss was tickt das so kommt dann herr abholen weiß ich nicht was das ist immerhin immerhin jetzt ganz leise wo kommt wasser oder an da träumst du noch vor allem hat das draußen vor der tür da stört mich das nicht zu relaxen ich werde ja nicht nass